Ja, es ist sehr wichtig, es ist quasi eine Auszeichnung für die ganzen sieben Jahre, die man hier gearbeitet hat. Und es ist auch wichtig für die berufliche Zukunft nachher, wenn man ein Diplom hat, dass man mehr aus dem Beruf machen kann. Aus dem Diplom natürlich im juristischen Bereich zu arbeiten, also Richtung Anwalt, Anwaltskanzlei, das ist sicher mal etwas, was wichtig ist. Ja, man hat sich immer etwas zum Lernen, also egal wo man hingegangen ist, hat man etwas mitgenommen oder man wusste ja, man muss noch etwas machen. Auf der anderen Seite, man hat viel für sich persönlich gelernt, fachlich natürlich viel und es hat sich gelohnt, also die sieben Jahre.